Giesinger Bergfest, Löwenslänglich-Blau, mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Das Giesinger Bergfest lädt ein zu Episode 11, sozusagen die Giesing Eleven. Ich begrüße aber trotzdem wieder nur das Giesinger Trio am Stammtisch. Wir haben viel zu besprechen. Wir gehen in die finale Woche der dritten Liga und wir müssen reden. Und wir haben, glaube ich, heute das erste Mal so richtig konträre Ansichten. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die heutige Runde. Natürlich mit Anja und Alex. Einen wunderschönen guten Abend. Servus. Später Abend heute. Wir nehmen ganz spät auf heute. Ja, Alex hat uns genötigt. Alex hat uns genötigt, einen Tag früher und das spätabends aufzuzeichnen. Also wenn ihr diese Folge hört, dann ist sie diesmal schon minimal älter. Aber wir wollen euch natürlich auch trotzdem weiterhin Mittwochmorgen mit unseren Stimmen schon beglücken. Derby-Wochenende war die Löwen gegen die Reserve von der Seitenstraße. Ja, Anja, du hattest ein anderes Ergebnis getippt. Ja, ich hatte ein anderes Ergebnis getippt. Ich bin sensationell traurig über mein Unvermögen dieses Mal. Habe aber natürlich wieder unsere ganzen Zuschriften wirklich beachtet und habe es mir wieder nicht angeschaut, nur im Nachgang und euren Live-Ticker verfolgt, weil ich mag das jetzt daran erinnert zu werden, wenn ich quasi den Fernseher schon einrichte, dass mir dann Menschen schreiben und sagen, bitte geh außer Haus, damit du ja nicht schaust. Okay, mache ich. Euer Wunsch ist mir Befehl. Es werden immer mehr, oder? Ja, es werden immer mehr. Aber nein, dieses 2-2 schmerzt mich am Ende des Tages dann doch recht schön, weil jetzt wird es richtig, richtig eng und wenn man die anderen anschaut, Richtung Schanzer, dann tun so viele Tore auch der Seele gut. Ich habe ein bisschen Angst wieder. Die blassblaue Brille ist vielleicht ein Stück von der Nase genommen. Die blassblaue Brille? Ja, sie ist nicht mehr vollblau, merkst du was, Alex? Schön angelaufen. Wir kommen ja nachher noch direkt in unsere Prognose, beziehungsweise unseren Ausblick, aber wir müssen natürlich erst einen Rückblick wagen. Alex, wie geht es dir nach diesem Wochenende, wo der Korken bei 60 leider, Ja, das hat jetzt wunderbar funktioniert. Der Korken nicht so geknallt hat, leider. Mir geht es, ich weiß nicht, ich bin irgendwo dazwischen drin von meiner Gefühlslage her. Heute Morgen zum Beispiel war ich so, das gewinnt man in Ingolstadt, überhaupt keine Frage. Jetzt am Abend, Montagabend, bin ich wieder ein bisschen pessimistischer. Morgen früh sieht es wahrscheinlich wieder ganz anders aus. Ich weiß nicht recht, wohin mit mir in diesen Tagen. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Lasst uns doch mal auf diesen Sonntag zurückblicken. Ich war bei einem Spätzl zu Hause, habe eine Wand geweißelt. Nein, eigentlich habe ich sie geweißelt, war es nicht, weil sie ist nicht weiß geworden, sondern eher so Mockerfarben. Dort haben wir uns das Spiel reingezogen und leider, also so wenig intensiv der Farbton an der Wand war, so wenig intensiv war tatsächlich auf dem Rasen die Löwenleistung, wenn man ganz ehrlich ist. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass die Löwen schlecht gespielt haben, aber diese lockere Leichtigkeit, die wir über die letzten Wochen gesehen haben, die war nicht so recht da und dann kam natürlich erschwerend hinzu, dass auch nach 13 Minuten einfach der erste konsequente rote Angriff gesessen hat, Alex. Ja, wobei es ist danach ja auch, die Reaktion war ja gut nach den Gegentoren. Zweimal Rückstand aufgeholt ist ja jetzt auch für den Kopf nicht das Schlechteste am Ende. Also wenn du das Spiel 3-0 verlierst, gehst du wahrscheinlich mit einem anderen Mindset, wie es immer so schön heißt, in die Relegation, sage ich schon, ich bin schon einen Schritt weiter, ins Endspiel gegen Ingolstadt. Ja, so ist es zu verkraften. Natürlich war es fußballerisch nicht der ganz große Leckerbissen, ja, aber dass der FC Bayern, auch wenn es nur die zweite Mannschaft ist, Fußball spielen kann, das haben sie hier gezeigt und dann hast du eben so Einzelspieler drin wie Sabret Singh oder so, die halt, ja, wenn du ihnen 2-3 Meter zu viel Raum lässt, so wie es halt beim 2-1 zum Beispiel war, dann nutzen sie das eiskalt aus. Das war natürlich ein Tor, das du in der 3. Liga so nicht so oft siehst, mit einer wahnsinnigen Präzision. Umso wichtiger dann eben die Reaktion, auch wenn die Tore durch 2-1 Meter gefallen sind. Aber die Einstellung hat gepasst, die Leistung war im Vergleich zum Kaiserslatanspiel zum Beispiel schon unterdurchschnittlich für diese Saison, aber immer noch so, dass mir bei weitem nicht Angst und Bange wird. Vielleicht ist die Antwort darauf einfach das Derby. Vielleicht, ja. Es ging halt auch um extrem viel für beide Seiten und das hast du von Anfang an gemerkt. Michael Kölner hat es ja nach dem Spiel gesagt, die Bayern haben sich nur hinten reingestellt, das habe ich jetzt so nicht gesehen. Vielleicht zum Schluss, so nach dem 2-2 hat Bayern für mich zu wenig gemacht, gerade auch angesichts der Ausgangslage, die die auch hatten. Aber davor war Bayern schon, ja, so ein bisschen die gefährlichere Mannschaft. Die hatten allerdings ehrlicherweise auch ein bisschen mehr zu verlieren, dass der TSV 1860 bei Bayern war klar, bei einer Niederlage sind sie definitiv abgestiegen. Das heißt, die mussten was tun. Bayern dadurch auch, für meinen Geschmack, vor allem in der Anfangsphase, so ein Tick giftiger. Also, ich würde es nicht sagen besser, aber giftiger, aktiver, mutiger, als man es vielleicht erwarten hätte können. Dieses frühe Tor hat natürlich Bayern ungemein in die Karten gespielt. Da müssen wir ja nicht drüber diskutieren. An der Motivation dürfte es nicht gelegen haben auf Seiten der Löwen. Und da müssen wir mal einen kurzen Blick vors Stadion werfen. Ich möchte, ja, die Hölle war los in Giesing. Aber, auch wenn die Hölle los war, und das muss man hier vielleicht auch nochmal hervorheben, lobende Worte zum Beispiel auch von der Polizei für das Verhalten in Giesing. Es gab aber auch mahnende Worte von einem prominenten Löwen-Fan, der das aus einer Loge heraus beobachten konnte, von Patrick Lindner. Dem ist natürlich aufgefallen, ein bisschen mehr Maske wäre schön gewesen. Ja, das muss man einfach zu spielen lassen. Ja, das ist immer schwierig. Du kannst das von der Ferne natürlich leicht beurteilen und sagen, kein Abstand, keine Maske. Da verzerrt manchmal auch die Perspektive. Es waren sicherlich nicht immer 1,5 Meter Abstand. Das muss man einfach so klar sagen. Aber ich habe es bei Twitter auch schon geschrieben. Ich war am Samstagmittag in der Passauer-Fußgängerzone und da war es ähnlich dicht gedrängt wie vor dem Grünwalder Stadion. Und da war das alles erlaubt und hat keine Polizei drüber geschaut. Also, ja, es ist immer schwierig. Ich will es nicht relativieren, aber, ja. Die Bilder sind halt ungut. Und im Grunde hat doch jeder als nettes Gadget inzwischen seine Maske um den Arm geschwungen. Also, wenn wir es jetzt dann nochmal für die Relegation machen, oder mit einer Fanmeile in Ingolstadt vorm Stadion. Ich weiß es ja nicht, wo das noch überall geplant ist. Und ich kann es mir aber vorstellen, dass die Löwen alle ihre Stärken zusammenfassen und alle gemeinsam sich bündeln. Bitte einfach die Maske anziehen. Meine Güte, wir verstehen uns auch drunter ganz gut. Und dann, es gibt sie auch als nett schwarz. Dann schaut das Ganze noch gefährlicher aus. Keine Ahnung, ob das wichtig ist. Aber im Grunde hat er schon recht. Das ist scheiße, wenn die Bilder so eng getrimmt sind und du siehst es. Wir wollen doch auch alle irgendwo Vorbilder sein. Und deswegen ist es eigentlich schon sehr wichtig. Ja. Ich glaube, das ist wieder der klassische Punkt von der emotionalen Seite und von der rationalen Seite. Nichtsdestotrotz, dass es der Mannschaft einen Push gegeben hat. Das glaube ich schon, dass da Unterstützung da ist. Aus emotionaler Sicht nochmal haben die Bilder echt extrem Spaß gemacht. Aus rationaler Sicht ein bisschen mehr Abstand wäre schön gewesen. Hallo, welcher Verein schafft sowas? Nächster Punkt. Kein anderer. Fertig, auch. Vor allem friedlich. Friedlich. Ich möchte da jetzt nicht den großen Schlenkern nach Dresden machen, weil das ist auch falsch. Und wir hatten den guten Dirk Adam ja bei uns zu Gast, der uns das wirklich gut erklärt hat. Das Problem ist halt nur, wenn eine Gruppe von Volldeppen den gesamten Ruf eines Vereins in den Dreck ziehen. Da steigt diese Mannschaft auf. Und ja, da müssen wir jetzt nicht breit treten. Ich glaube, jeder Fußballfan und vor allem jeder Drittliga-Fan hat die Bilder gesehen. Und die gab es in Giesing nicht. In keinster Weise. Und die wird es nicht geben. Ich finde da aber auch einen Ansatz ganz gut, der jetzt in Rostock verfolgt wird. Rostock darf ja höchstwahrscheinlich vor 7.500 Zuschauern spielen am Wochenende. Was absoluter Wahnsinn ist und vor zwei, drei Wochen noch völlig unvorstellbar gewesen wäre. Aber die begründen es eben damit, dass sie dadurch eben die Ansammlungen vom Stadion im Falle eines Aufstiegs verhindern wollen. Und die sagen halt, naja, wir können 7.500 Leute vor dem Stadion haben gedrängt oder wir verteilen sie im Stadion kontrolliert und organisiert. Und finde ich eigentlich einen ganz sympathischen Ansatz. Finde ich auch. Aber hat Rostock nur 7.500 Fans? Stehen dann keine anderen mehr vor der Tür? Ja gut, das muss man dann schauen. Aber es sind schon mal 7.500, die Corona-konform aufgeteilt sind. Das stimmt. Die Frage ist halt, wie viel Corona-konformität ist dann da, wenn denn Rostock wirklich aufsteigt? Ja. Verhindern kannst du es nie. Aber der Ansatz ist ganz, finde ich ganz, ja, nachvollziehbar und logisch. Na, ich tue mir da ein bisschen schwer. Ich tue mir da tatsächlich ein bisschen schwer, aber deswegen sind auch nicht wir dort in der Entscheidungsmittlung. Ja, guter Dank. Lass uns nochmal zurückkommen nach Giesing, da fühlen wir uns eigentlich eher am wohlsten. Und zwar auf das Spiel der Löwen gegen die Seitenstraßenreserve. Zwei Elber mussten es sein, beide mehr als souverän verwandelt. Beide für meinen Geschmack auch gerechtfertigt, auch wenn es der zweite ein bisschen weniger deutlich war. Wenn man sich die Bilder genau angesehen hat, dann war das auch ein Foul. Und über das Handspiel beim ersten Elber, glaube ich, müssen wir auch nicht reden. Ich fand es nur bemerkenswert, dass der Elber ein Sascha Mölders macht und der Elber zwei Philipp Steinhardt. Zuerst war ich überrascht, dass der erste von Sascha Mölders geschossen wird. Weil der Stammschütz ist eigentlich Philipp Steinhardt und der hat die letzten Male ja auch wieder getroffen, nachdem er ja zwei Fehlversuche hatte. Dann dachte ich mir, naja, okay, vielleicht jetzt für das Saisonfinale das Mentalitätsmonster Mölders. Hashtag Relegation 2018. Und dann doch wieder Philipp Steinhardt. Ich war ein bisschen überrascht. Ging es euch auch so? Ja, also ich war dann auch beim zweiten Elfmeter überrascht, dass Philipp Steinhardt wiederum schießt. Weil normalerweise entscheidest du dich ja für einen Elfmeterschützen im Spiel. Vielleicht wollte Sascha Mölders einfach nochmal sein Torekonto aufstocken, nachdem, ich glaube, der Hallesche FC hat am Abend zuvor, am Freitag schon gespielt, genau. Und da hat Terrence Boyd zwei Tore geschossen, ist ihm in der Torschützenliste nochmal ganz leicht auf die Pelle gerückt. Dann hat er gesagt, jetzt mache ich noch eins und dann ist es durch. Dann bin ich auf jeden Fall Torschützenkönig. Jetzt, glaube ich, sind es wieder vier Tore vor Terrence Boyd. Wahrscheinlich war das der Hintergedanke. Keine Ahnung. Ganz, ganz eigenartig. Ja, oder er hat sich gedacht, er schießt dann Ingolstadt im Alleingang raus und deswegen gönnt er jetzt den anderen Mitspielern noch eins. Oder so. Man könnte rein theoretisch auch drei Elf in Ingolstadt geben. Weiß man es? Der hieft das Teil schon rein gegen Ingolstadt. Da habe ich gar keine Zweifel. Fakt ist, beide Male hatte Ron Thorben Hoffmann im Tor der kleinen Bayern keine Chance. Zweimal absolut souverän verwandelt. Und es war ja zum Haar heroffen in der Schlussphase mit zwei Großchancen innerhalb von wenigen Sekunden, wo ich die frisch geweißelte Farbe oder die frisch angestrichene Wandfarbe bei meinem Spätel fast wieder abgekratzt hätte. Ja, Stefan Lex entwickelt sich so ein bisschen zum Chancentod. Zum Chancentod. Vielleicht ist er nächste Woche der Schanzertod. Mal schauen. Vielleicht reißt er sich zusammen, aber man muss schon sagen, Ron Thorben Hoffmann hält den ersten extrem gut. Ja, und der zweite. Normalerweise, Stefan Lex in Topform macht auf jeden Fall eine von diesen beiden Chancen. Also der Trend ist nicht sein Friend momentan. Leider. Wir haben Stefan Lex für die gesamte Saison hinweg eigentlich in einer sehr, sehr guten Form. Jetzt so die letzten, sagen wir mal, fünf bis acht Spiele. Er hat so ein bisschen die Leichtigkeit verloren. Er spielt ja nicht schlecht, aber es ist unglücklich teilweise. Bewüht. Könnte man jetzt auch wieder sagen, gegen den Ex-Verein am letzten Spieltag könnte der Knoten platzen. Aber da gucken wir drauf. Unterm Strich blieb ein 2 zu 2 Remis, das aus meiner persönlicher Sicht rein sportlich gesehen das absolut korrekte Ergebnis gewesen ist. Das uns aber nichtsdestotrotz nicht wirklich zufriedenstellen kann. Denn mit dem Blick auf die Ausgangslage sieht es halt einfach ein bisschen anders aus. Wir müssen aber, bevor wir den Ausblick wagen, auf die Nachspielzeit gucken. Und zwar auf die Nachspielzeit nach dem Abpfiff. Man könnte es jetzt überschreiben mit Derby-Emotionen. Das war aber schon ein bisschen mehr als Derby-Emotionen. Vor allem, wenn das Magenta-Sport-Mikro an ist. Da gab es, nennen wir es mal, Redebedarf. Und wenn bei 60 München Redebedarf besteht, ist einer nicht weit. Das ist Sascha Mölders. Und der ist nicht nur auf der Waage ein Schwergewicht, sondern auch am Mikrofon. Wir dürfen leider, können wir das wörtlich jetzt hier nicht wiedergeben. Also beziehungsweise wir können die Tonspur hier nicht einspielen. Wir haben ja leider keine Medienrechte daran. Aber sagen wir mal so, Sascha Mölders hat dem Kollegen Welzmüller relativ deutlich gesagt, was er von ihm denkt und wo die Bayern nächstes Jahr spielen werden. Ja, Alex. Ja, ich störe mich vor allem an einem Wort in diesem Interview. Beziehungsweise das Wort ist ja gefallen, als ich das Interview noch gar nicht begonnen hatte. Das ist eine Beschimpfung, die man wahrscheinlich im Affekt gerne benutzt. Aber es ist natürlich vor laufender Kamera sowas zu sagen. Finde ich unglücklich. Alles in allem ist das Interview natürlich, ja, es passt zu Sascha Mölders. Wir wünschen uns Typen im Fußball. Wir wünschen uns Aussagen, an denen man sich reiben kann. Und Sascha Mölders liefert die halt im Wochentakt. Und deswegen als Fußballfan muss man sowas geil finden. Und ich glaube auch, dass der Welzmüller das im Nachhinein nicht mehr so eng sieht, sondern der weiß ja auch, wie es im Fußball läuft und sowas. Du hast ja am Platz auch im Minutentakt. Ich sehe es ganz ähnlich wie Alex. Also ich störe mich auch an der einen Beschimpfung quasi. Die finde ich ungut, vor allem wenn du halt schon vor der Pressewand aufgestellt bist und zum Interview bereit bist. Da weißt du, dass die Kamera eigentlich schon laufen könnte. Klar sind da die Emotionen noch da. Und wenn der Welzi dann nochmal an dir extra nah vorbeigeht und dir irgendwas vielleicht zumauschelt, naja, da lässt sich halt ein Sascha Mölders nicht lang bitten. Das ist ja auch okay. Aber vielleicht, das war einfach drüber in der Situation, dass die Bayern nächste Saison Regionalliga spielen. Das werden sie sich 90 Minuten schon gesagt haben wahrscheinlich. Das wird nichts Neues für den Welzi gewesen sein an dieser Stelle. Das werden mehrere Spieler von 60 wahrscheinlich am Platz gesagt haben. So ist ein Derby. Das ist okay. Aber daran habe ich mich wirklich gestört. Und den Rest fand ich einfach wieder mal zum Schreien komisch. Also wirklich, da flenne ich weg, wirklich. Also dieses Wording, was der da benutzt. Und es kommt ja an. Kein anderer Fußballer in ganz Deutschland wird so oft zitiert in letzter Zeit oder so oft auf großen Plattformen gespielt, wie Sascha Mölders bei 60 München aus der dritten Liga. Sorry, hat Manuel Neuer gerade diese Social-Media-Zeit und Co.? Nein, es ist Sascha Mölders, der für Aufszenen sorgt. Und das macht er gut. Das macht er verdammt gut. Er trifft da auch meinen Humor. Ja. Ja. Es ist nun auch so, dass, und das kommt jetzt ganz frisch rein, der liebe Kollege Uli Kellner von München, Merkur und TZ, dessen Text, der am Dienstag erscheint, ist gerade hier auf meinem Tisch geflattert. Und der weiß, der Kontrollausschuss des DFB schaut sich das besagte Video an. Das ist, bei solchem Material ist das nichts Ungewöhnliches. Das bloße Videostudium seitens des DFB ist noch nicht als Ermittlung einzustufen. Das ist eher eine routinemäßige Prüfung, allerdings mit offenem Ausgang. Ja, es wird jetzt erst… Das deckt sich ja auch mit dem, was wir bei Twitter als Antwort von Kolinas Erben bekommen haben. Die haben ja auch gesagt, wenn der Kontrollausschuss davon Kenntnis bekommt, von diesem Vorfall, kann er Ermittlungen aufnehmen, haben sie uns geschrieben. Aber das ist ja, Ermittlungen aufnehmen, das heißt ja noch nichts. Ganz genau. Weiter schreibt der liebe Kollege, es wird erst unangenehm für Mölders, wenn sich der DFB entschließt, eine Stellungnahme der beiden Streithähne anzufordern. Und wichtig ist dabei, dass der DFB hier von sich aus aktiv wird. Also nicht, weil da von irgendjemandem, einem Spieler darauf hingewiesen ist, dass er beleidigt wurde. Und in den meisten Spielern, in den meisten Fällen war es eigentlich immer so, dass es dann um die Problematik einer Schiedsrichterbeleidigung geht. Als Spieler intern, würde ich jetzt erst mal sagen, eher unter Kategorie Dirty Talk, wie es hier aussieht, einzuordnen. Also zählt das noch nach Abpfiff? Ja, du kannst ja theoretisch auch eine rote Karte kriegen nach Abpfiff. Ah ja, schau, das finde ich bei uns Volleyballer nett. Mit Abpfiff ist es vorbei. Das heißt, danach kannst du dir die Fresse polieren, oder wie? Danach kannst du auf dem Weg in die Umkleide so richtig marschen. Aber ich kann es mir beim besten Willen, also gut, beim DFB muss man sich momentan alles vorstellen, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der DFB da tätig wird, weil diese Aussagen und diese Frotzeleien, die hast du ja am Platz, wie gesagt, jede Minute irgendwie in anderen Ausführungen. Deswegen, nee, also da eine Sperre irgendwie auszusperren, nur darüber zu überlegen, das finde ich völlig drüber. Völliger Quatsch. Dazu wird es auch nicht kommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn das dann, ja, Gang und Gäbe wäre, dann hättest du jedes Wochenende fünf Sperren. Eben. Nur deswegen. Also gehen wir mal davon aus, ganz fix davon aus, dass das keine Folgen haben wird. Und die Basisaussage von Sascha Mölders ist einfach die Kampfansage, wir haben jetzt ein Endspiel, wir fahren da hin, um dort zu gewinnen. Und wir gewinnen dort und wir spielen nächstes Jahr zweite Liga. Und er hat gesagt, sein Sohn ist standhaft. Richtig. Vielleicht sollte 60 jetzt aufpassen, dass Klein Mölders nicht eine Anfrage vom FC Bayern bekommt, weil eine gewisse Standfestigkeit scheint ja dort zu viel. Dann, was noch rund um das Terby auffällig war, vier Spieler wurden verabschiedet, aber eben nur vier. Das heißt, andere Gespräche laufen noch. Verabschiedet wurden Leon Klaasen, Matthew Durance, Hanna Akbovo und auch Dennis Erdmann. Und The Earthman hat ein Abschiedsstatement auf Instagram gepostet. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Danke, lieber TSV 1860 für die letzten zwei Jahre. The Earthman ist stolz, auch für diesen Traditionsverein gespielt zu haben. Ich bin stolz auf meine Karriere. Druck, Angst, Enttäuschung, all das gehört zum Fußball im Traditionsverein dazu. Dem stelle ich mich seit Jahren und auch weiterhin. Danke an meine Mannschaft, Trainer und Staff-Mitglieder, dass ihr mich so genommen habt, wie ich bin. Und? Niemand springt den Earthman um. Nee, ich finde noch besser den Beisatz davor. Und an all die Leute, die den Earthman hassen. Ja. Mag ich. Ich finde ja immer sehr sympathisch, wenn Leute in der dritten Person von sich reden. Naja, wie, das würde ein Alex nicht machen, das würde eine Anja nicht machen und ein Flo würde das auch nicht machen. Und ein Lodder Matthäus auch nicht. Nein, ich sage mal so, bei Leon Klaasen waren wir uns ja noch so ein bisschen unsicher, ob er nicht vielleicht nochmal eine Chance bekommt. Matthew Durance und Ahan Agbo, ja, wundert einen jetzt nicht so wirklich. Dennis Erdmann hatten wir, glaube ich, auch so im Gefühl, dass seine Zeit in Giesing vorbei ist. Ein Spieler mit Ecken und Kanten, ähnlich wie ein Sascha Mölders, ein Original, der wird definitiv seine Fußballschule noch nicht an den Nagel hängen. Ich bin gespannt, wo er aufschlagen wird. Also, muss fast ein Traditionsverein sein für ihn. Ja, KFC Uerdingen oder so. Ich finde übrigens die Entwicklung von Leon Klaasen relativ erstaunlich. Ich habe den eigentlich als riesiges Talent gesehen und ich glaube, auch der Verein hat ihn so gesehen. Überrascht mich jetzt ein bisschen, dass er so, ja, sang- und klanglos geht. Kaum Einsätze gehabt in dieser Saison. Er war unter, ich glaube, unter Dani Birovka war er relativ gesetzt, als Außenverteidiger. Ja, finde ich irgendwie eine komische Entwicklung. Woran das jetzt liegt, keine Ahnung, aber hätte ich mir mehr erhofft. Ehrlicherweise, ja. Ehrlicherweise, ja. Andererseits, wenn man jetzt mal guckt, was die Verträge angeht oder die Spieler, die eben nicht verabschiedet wurden. Da gehört zum Beispiel ein Kirin Moll dazu, da gehört auch ein Keanu Staure dazu. Das wird dann, also entweder sind die Gespräche noch nicht abgeschlossen oder aber die bleiben einfach schon fix. Was eine gute Nachricht wäre, ehrlicherweise. Und bei Fabian Greilinger meines Wissens, na, der Vertrag läuft bis 22. Ja, sehe ich hier gerade. Also, das wird spannend sein zu sehen. Das war also auch das letzte Heimspiel des TSV 1860 München in dieser Saison. Lass uns mal ganz kurz einen Blick auf die Heimbilanz werfen. Es waren 19 Heimspiele. Daraus hat der Löwe 32 Punkte geholt. Acht Siege, acht unentschieden. Drei Niederlagen mit 36 zu 19 Toren. Das ist Platz vier vor dem letzten Spieltag. Jetzt sagen wir mal so, das liest sich nicht schlecht. Das Einzige, worüber ich jetzt so ein bisschen stolper, sind halt diese acht Unentschieden. Ein oder zwei zu viel. Glücklicherweise am Ende. Aber Michael Kölner hat ja in einem Interview gesagt, dass man trotzdem für diese Saison ja ohne Fans gut dasteht. Vor allem bei einem Verein, der durch Fans gelebt wird wie 60. Also hat er, glaube ich, so ungefähr gemeint, dass fünf Punkte wahrscheinlich safe abhandengekommen sind, dadurch, dass man nicht die Löwen-Fans bei uns im Grünwalder Stadion hat. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Da zu diesen Vereinen, die Probleme hatten wegen den fehlenden Fans, würde ich zum Beispiel auch einen 1. FC Magdeburg rechnen, einen Waldhof Mannheim oder auch einen Halleschen FC, wenn ich ehrlich bin. Die stehen in dieser Tabelle übrigens auch nicht gerade so dolle da. Also das kann man, denke ich, schon so festhalten. Stichwort Tabelle. Lass uns doch mal auf die Münchner Tabelle gucken, denn nach allen gespielten Derbys. Wer braucht denn eigentlich mehr außer diese Münchner Tabelle? Sagen wir mal so, wir nehmen sie als Statement, nehmen wir sie definitiv mit. Denn es gibt einen glasklaren Münchner Meister in diesem Jahr und der heißt 1860 München. Sechs Spiele, 14 Punkte, keine einzige Niederlage. Auf Platz zwei, Türkücü München, sieben Punkte, also nur die Hälfte. Auf Platz drei, die Spielvereinigung unter Haching, fünf Punkte. Und wer grüßt denn da vom Tabellenende? Die Reserve von der Seitenstraße, vier Zähler. Soviel zum Thema der Ankündigung vor dem Spiel im Münchner Meisterschaft und so. Ja, meine große Worte gehören dazu, zu so einem Derby. Aber nächstes Jahr, Achtung, Wortspiel. Chris Scott, Saprit Singh und so spielen ja dann wahrscheinlich Vierte Liga und dann heißt es für den FC Bayern, auf gut bayerisch, Chris Scott, Regionalliga. Ich mag schlechte Worte. Ich mag sie auch und ich bin immer wieder begeistert, wie tief das Niveau auch bei Wortwitzen noch singen kann. Und meines ist schon sehr weit unten. Also da haben wir uns schon gefunden, hier am Bergfest-Stammtisch. Aber nur dann, wenn Hasan Salihamidzic der zweiten Mannschaft nicht den Feldhahn zudreht. Oh, den fand ich noch geiler. Den fand ich wirklich geil. Ei, ei, ei. Na ja, aber dann müssen sie sich andere Leute holen, der das Ganze hier flickt. Oh Gott. Das wird immer schlimm. Ich will Arp ins Bett. Ich auch. Oh Gott. Oh Gott. Freunde, jetzt ist Zeit für... Aber flickt geht eigentlich nicht in der Reihe. Sage ich jetzt mal so. Ja. Aber man muss ja nicht gleich schwarz sehen. Eins zu null für alle. Oh Gott. Sie müssen jetzt den Buck umstoßen im letzten Spiel. Was macht ihr eigentlich beim FC Bayern? Der saß immer auf der Bank, Stefan Buck, in diesem Spiel. Aber ich habe mich gefragt, was der für eine Funktion hat. Weiß das jemand? Der hat auch eine Jugendmannschaft, so viel ich weiß, bei den Bayern. Okay. Aber eigentlich hatte ich nicht die Amateure am Schirm. Er saß auf jeden Fall immer so schräg links hinter Danny Schwarz. Ja, vielleicht wollte er halt einfach während Corona was machen. Wahrscheinlich, ja. Das ist okay. Lasst uns mal Richtung Saisonfinale blicken, weil das ist ja genau das Thema, was uns jetzt wirklich auch unter den Nägeln brennt. Das 2 zu 2 gegen die kleinen Bayern. Das Spiel am Sonntag. Wir wussten mit den Spielergebnissen von Samstag schon, es ist immens wichtig. Denn Rostock hat in Hachen gewonnen mit 1 zu 0. Ingolstadt, da sah es ja zur Pause noch ganz schön aus. Da führte ja Duisburg. Wunderschön. Das war jetzt letztendlich dann der Sieg des FC Ingolstadt und wir müssen auch festhalten, das gibt erstmal Rückenwind für die Schanzer. Und wir dürfen es natürlich jetzt hier auch nicht verpassen, Dynamo Dresden zu gratulieren. Der Aufstieg in die zweite Liga ist perfekt nach einem 4 zu 0 über Türkgücü, was dort vor dem Stadion vorgefahren ist. Das wollen wir nicht nochmal ansprechen. Fakt ist Glückwunsch, Dresden ist durch, Rostock ist so gut wie durch und nach dem Remy der Löwen ist auch klar, es wird nichts mit dem direkten Aufstieg. Es geht nur noch um die Relegation und deswegen muss ein Sieg in Ingolstadt her. Es ist do or die und wir haben uns ja unmittelbar nach dem Spiel so ein bisschen ausgetauscht. Und Alex, du warst erstmal der Optimistische von uns dreien. Zweckoptimistisch vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, genau dieses do or die, was du angesprochen hast, ist so vielleicht ein psychologischer Vorteil für die Löwen. Weil du weißt, du gehst ins Spiel, wenn du gewinnst, stehst du in der Relegation, wenn du nicht gewinnst, bist du Vierter. Und Ingolstadt hat jetzt natürlich, die haben so ein Dilemma im Kopf, die wissen, sie können noch direkt aufsteigen, dafür müssen sie gewinnen. Ihnen reicht dann ein Unentschieden für die Relegation. Ich finde das deutlich schwieriger im Kopf, wenn du weißt, ja, mit einem Sieg könnte vielleicht noch was gehen, aber du darfst nicht zu viel Risiko gehen, weil wenn du verlierst, dann bist du komplett weg. Ich glaube, dass das im Kopf für die Löwen ein Vorteil ist und was halt auch in dieser Saison aufgefallen ist, die Löwen können vor allem Jäger. Ja, sie können nicht gejagt, das hat man in den letzten beiden Spielen gesehen, das waren keine schlechten Spiele, aber die Anspannung hast du gemerkt. Sie sind da auf Platz drei in die Spiele gegangen und das war irgendwie zu erkennen. Jetzt sind sie wieder der Jäger und das hat ja gerade jetzt in der Endphase der Saison sehr, sehr gut funktioniert. Ich war ja derjenige, der das Ganze defensiver gesehen hat. Ich möchte jetzt nicht sagen negativer, aber defensiver. 60 hat die Ausgangslage, die man hatte, ein bisschen verspielt. Ja, man hätte auch mit einem Sieg, wenn man Punkt gleich mit Ingolstadt, dann haben wir das viel zitierte Megatorverhältnis der Löwen, was der Trumpf gewesen wäre. Den Trumpf hat man definitiv abgegeben. Und mit diesem 5-1 im Rücken hat Ingolstadt halt jetzt einfach einen unfassbaren Rückenwind. Also leider zum falschen Zeitpunkt ist die Brust wieder breiter geworden. Anja, du bist ja eigentlich, du warst zu Beginn des Bergfestes, warst du eher so die Rationale. Dann haben wir dir tatsächlich mit Erfolg die weiß-blaue Brille verpassen können und jetzt hast du vorhin schon gesagt, die ist irgendwie leicht verblasst. Wie geht es dir heute? Ich sehe das gar nicht, also ich schaue da weniger auf Ingolstadt, auch wenn die den Rückenwind haben. Für mich ist entscheidender, was wir für eine Mannschaft haben, weil du musst ein Do-or-Die-Spieler sein. Du musst das können. Hast du zu viele, die das nicht können, hast du ein Problem. Ich bezweifle nicht, dass ein Sascha Milders oder ein Marco Hiller Do-or-Die-Spieler sind. Die sind die, die wissen, wenn wir das hier wuppen, dann sind wir unsterblich für alle Löwen-Fans, wenn wir da hochgehen. Solchen Gedanken liebst du als Spieler, wenn du der Typ dafür bist. Du bist unsterblich. Verlierst du es, bist du aber der Loser. Aber das musst du mit deiner Mentalität erstmal hinkriegen. Das können Spieler nicht, die diese Mentalität nicht haben. Und ich mache mir ein bisschen ins Hüsschen, wenn ich mir überlege, dass es im Derby jetzt auch nicht so gut geklappt hat, diese Mentalität. Aber ich glaube, am Ende des Tages, ähnlich wie Alex es sieht, dass die Mannschaft es ja über die komplette Saison eigentlich bewiesen hat, was sie kann. Und dann dort diese 90 Minuten das einfach abruft, weil sie wissen, was sie für eine ganze Stadt und eine ganze Fanshaar tun. Ich glaube, dass es ausgewogen bei uns ist und funktionieren kann. Aber ich habe schon ein bisschen Angst. Und das Derby war ja jetzt auch kein klassisches Du-a-Di-Spiel. Also ein klassisches Du-a-Di-Spiel war zum Beispiel das Spiel gegen Dresden vor einigen Wochen. Ja, aber ein Derby ist trotzdem so ein Spiel. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie von der Mentalität her. Aber sportlich gesehen waren andere Spiele halt noch brisanter. Eben gegen Dresden zum Beispiel. Du hast gewusst, du musst dieses Spiel gewinnen, ansonsten ist diese Saison beendet. Ja, das stimmt. Und da haben sie wirklich mit aller Macht dieses Spiel auf ihre Seite gezogen mit einem späten Siegtreffer. Und das sind so die Spiele, die mir eigentlich in Erinnerung geblieben sind in dieser Saison. Dass du immer unter dem größten Druck eigentlich die besten Spiele abgeliefert hast. Ja. Ich frage mich, ich habe da kein Auge drauf geworfen, aber gab es bei Ingolstadt im Nachhinein auch Interviews, wo gebellt worden ist, wie bei uns in Giesing, dass wir das ruppen? Ja, okay. Das kann natürlich, das machst du dir nur, wenn du sicher bist, so ein Interview zu geben. Nach einem 5-1 sprichst du wahrscheinlich auch anders. Ja, ich meine jetzt das Statement von Sascha Mölders nach dem 2-2. Ich gehe fest davon aus, dass es so kommen wird, wie er es sagt, weil er impft die Mannschaft. Ja, wird davon nicht vergessen, 60 ist seit zwölf Spielen ungeschlagen. Das kommt jetzt auch nicht von ungefähr. Also nur, weil du jetzt zweimal Remi gespielt hast, ist der Rückenwind nicht weg. Und Michael Kölner hat es ganz deutlich gesagt, wir haben diese Saison zweimal schon gegen Ingolstadt gewonnen. Das ist kein unmögliches Los. Er hat ja recht, das Hinspiel hat 60 gewonnen, auch mit 1-0. Das war auch ein Kampfspiel. Und dann gab es natürlich den Elfmeter-Krimi im Totopokal, wobei wir genau wissen, unentschieden reicht nicht. Lass uns mal auf die Voraussetzungen gucken. 60 muss bangen um Fabian, nee, für Fabian Greilinger ist die Saison ja leider beendet mit einer Sprunggelenksverletzung. Der kommt definitiv nicht zum Zuge. Marius Wilsch wackelt, das sah jetzt nicht so gut aus. Michael Kölner hat im Nachgang ja noch gesagt, er hat schon länger Adoptorenprobleme. Das heißt, abwarten und Daumen drücken. Wer definitiv ausfällt, ist Sammy Belker hier. Und das tut weh. Das tut, finde ich, sehr, sehr weh. Das sind absolute Stütze geworden in den letzten Wochen. Aber Niklas Lang, gut, der ist noch sehr jung. Da muss man natürlich schauen, wie der unter Druck agiert. Oder stellt man Dennis Erdmann hinten rein? Ich bin da ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, rein von der Spielanlage her wäre Niklas Lang besser. Was den Umgang mit Drucksituationen angeht, ist ja Dennis Erdmann der selbsternannte Spezialist eigentlich. Ja, spannend. Und was die Außenverteidigerposition angeht, haben wir ja auch noch Alternativen. Ich meine, ein Daniel Wein kann das auch spielen. Hat er ja auch gut gemacht jetzt gegen die Bayern. Als er reingekommen ist, das war schon völlig okay. Also defensiv ist er absolut stabil. Die Flankenläufe von Marius Wilsch mit der Geschwindigkeit, die wird er nicht machen. Aber dafür sind ja dann andere da. Er hat ja andere Qualitäten und ganz ehrlich, in Vino Veritas. Also da mache ich mir jetzt nicht die großen Sorgen. Außerdem, Ingolstadt hat auch eine Sperre zu verkraften. Nämlich von einem Doppeltorschützen aus Duisburg, Philipp Bilbia. Ist auch nicht unbedingt der Sympathieträger schlechthin. Aber der fehlt auch. Also es ist jetzt nicht so, dass nur 60 jetzt hier geschwächt ins Endspiel geht. Und wie gesagt, es kommt auf die Nerven an. Und wer weiß, ich traue ja dem anderen Löwen-Fan auch zu, dass er auf der Autobahn Spalier fährt. Aber denkt dran, mit Abstand, bitte haltet euch an die Straßenverkehrsordnung. Und auch Abstand halten sollte da irgendwer in Ingolstadt sein. Es soll ja auch einige Fans aus dem Großraum Ingolstadt geben, die den Löwen auf der Brust tragen und nicht den Ingolstädter Panther. Bei Instagram habe ich eine Aktion gesehen, dass sie möglicherweise alle Autobahnbrücken zwischen München und Ingolstadt besetzen wollen. Das wäre echt krass. Oh Gott, das ist schön. Das finde ich eine sehr geile Idee auf jeden Fall. Das wäre einigermaßen Corona-konform. Und wäre natürlich, ja, was wäre das für ein Bild? Ich finde es auch interessant, wie man das koordiniert. Wie meldet man sich da an und kriegt man dann eine Autobahnbrücke zugesprochen? Oder ist es schlimm, wenn ich auf einer anderen Autobahnbrücke stehe, weil ich dann in, also wisst ihr was? Das ist jetzt eine dumme Denke, aber ... Wird interessant auf jeden Fall. Pro Brücke bitte noch zehn Haushalte. Ja, ist richtig interessant. Ja, de facto, was angenehm ist für das Spiel am kommenden Samstag, das ja live im Free-TV übertragen wird, nur so nebenbei. Wir können uns voll und ganz auf den Löwen konzentrieren und müssen nicht nach links und rechts gucken. Also Dresden spielt in Wiesbaden, die verabschieden sich dort aus Liga 3. Rostock spielt gegen das mittlerweile jetzt schon auch abgestiegene Lübeck. Das Thema dürfte eigentlich auch relativ klar sein. Also uns kann es wurscht sein, es geht nur um das Ergebnis in Ingolstadt. Und nochmal, damit es jeder nochmal gehört hat, 60 muss gewinnen, sonst bleibt der Löwe in der dritten Liga. So ist es. Vielleicht der richtige Zeitpunkt, noch ein bisschen Mut zu machen, oder? Ja. Und wir haben doch da was. Ja, wir haben da was. Die Anja, die darfst vortragen. Ich soll es vortragen? Ja, natürlich. Du bist das Mädel der Runde. Du hast so Emotionen in dir. Komm, lass sie raus. Also, liebe Löwenfreunde, wir haben uns da was überlegt. Und zwar können wir alle gemeinsam aktiv werden. Und da wir ja nicht ins Stadion gehen, haben wir uns überlegt, es wäre doch ganz schön, wenn wir ein gemeinsames Video auf Social Media veröffentlichen, wo wir den Löwen sagen, warum sie das dieses Jahr wuppen, warum wir an sie glauben und warum sie auf Ewigkeiten unsere Nummer eins bleiben. Und das, glauben wir, fänden wir ganz schön, wenn das die Mannschaft davor sieht. Vielleicht können wir das ja auch in den Mannschaftsbus bringen, indem wir es vielleicht dem Chefcoach schicken oder solche Sachen. Wir werden da Mittel und Wege finden und sind natürlich auf euch angewiesen, weil nur wenn Flo, Alex und ich da mal wieder was labern, dann ist das nicht so rund und bunt, wie wenn ihr alle mitmacht. Deswegen fasst doch einfach kurz und knackig, also nicht wie ich, zusammen, warum 60 dieses Jahr das schafft und die Jungs aufsteigen. Das wäre ganz brav. Und natürlich einfach per Social Media Direktnachricht an uns schicken oder über unsere E-Mail-Adresse, die der Alex viel besser kann als ich. Und es gibt auch schon prominente Mitstreiter, Patrick Lindner, der Schlagersänger und Löwen-VIP-Fan hat uns schon ein Video zukommen lassen, zum Beispiel. Und es werden weitere Folgen. Also, Handy starten, Kamera starten, 10 bis 15 Sekunden kurz und knapp erklären, warum es die Löwen schaffen, kleines Motivationsvideo raushauen. Und wir sorgen dafür, dass eure Motivationen die Mannschaft erreichen. Wie werdet ihr das Spiel verfolgen, ihr beiden, am kommenden Samstag? Ich darf nicht, oder? Du darfst nicht. Mir wird ja eh wieder geschrieben, ich darf nicht. Aber an sich hätte ich es mit einer guten Freundin aus einem anderen Podcast auf der Terrasse geschaut. Ich wollte gerade sagen, also wenn du dich jetzt hier rausredest, funktioniert nicht. Ich habe eure neue Folge schon gehört. Ja, aber ich darf ja nicht. Also mir wird ja sicherlich wieder geschrieben, ich darf ja nicht. Ich bin auch am Überlegen, möglicherweise, also auf jeden Fall mit meiner Schwester und meinem Papa, das steht eigentlich schon fest, aber die Location ist noch nicht ganz sicher. Irgendwo zwischen Passau und Bayerischen Wald, irgendwo da, werden wir zusammenfinden, hoffentlich. Ich werde es auf alle Fälle auch mit dem Spitzel zusammen gucken. Ich brauche da Unterstützung. Ich brauche da emotionale Stütze. Ich brauche da eine Stütze, die mir meine Frau leider in diesem Fall nicht geben kann. Das haut nicht ganz hoch. Aus diversen Gründen. Die muss man immer machen. Ach ja. Naja, auf jeden Fall, in Bergfest Folge 12 werden wir diskutieren und ich hoffe, wir werden angeregt darüber diskutieren, gegen wen der TSV dann in der Relegation spielen muss. Aus kleiner Blick auf die Tabelle der zweiten Liga, so viel darf hier getan werden. Es könnten sehr interessante Spiele werden. Momentan Platz 17 ist Eintracht Braunschweig, Platz 16 auf der VfL Osnabrück, Platz 15 der SV Sandhausen und auf Rang 14, da wäre noch eine Rechnung offen. Vor allem, ich kann mir schon vorstellen, dass der Jan kommt, da die taumeln sehr nach unten. Da gibt es keine positiven Resultate derzeit. Das wäre der Bremen der zweiten Liga momentan. Ja, die haben wirklich schwierig. Ich sehe die fast schon kommen. Mir wären alle anderen lieber, aber die sehe ich schon. Ja, also lass uns mal kurz nochmal einen Blick drauf werfen, wie dann die letzten Spiele ausschauen. Also Sandhausen gastiert in Bochum und die wollen aufsteigen. Die haben Druck. Die haben Druck. Braunschweig hingegen gastiert in Hamburg, die sie ja mal wieder verkackt haben. Noch eine Ehrenrunde in Liga 2. Dann haben wir den VfL Osnabrück, der gastiert in Aue. Machbar. Machbar. Und der Jan aus Regensburg empfängt St. Pauli. Ja, eine der Mannschaften der Rückrunde. Deswegen, ja, die Theorie von Anja finde ich nicht abwegig, dass da Regensburg wartet in Relegation. Auf wen sie warten, ist dann die andere Frage. Die dürfen nur auf 60 warten, bitte. Es wäre eigentlich, von der Geschichte her muss es eigentlich so kommen. Ja, wir drücken den Löwen die Daumen und wer dann kommt, ist uns ehrlicherweise scheißegal. Wir müssen noch zwei Löwen gratulieren und das ist absolut verdient. Wir gratulieren Sascha Mölders zur Auszeichnung zum Spieler des Jahres der dritten Liga und wir gratulieren Michael Kölner zur Auszeichnung des Trainer des Jahres in der dritten Liga. Ganz großen Applaus von uns, kann man nicht anders sagen. Verdient. Einfach nur verdient. Hochverdient. Und vor allem mit einem monstermäßigen Vorsprung von jeweils mehr als 2000 Stimmen. Es wäre eigentlich komisch, wenn die Mannschaft, die den Spieler des Jahres und den Trainer des Jahres stellt, wenn die am Ende nicht auch eine der drei Mannschaften des Jahres wäre in dieser Liga. Das muss man auch sagen. Das wäre schon irgendwie auch traurig. Aber gut. Wäre richtig bitter. Wir müssen noch wem gratulieren. Oh ja. Oh ja. Wir müssen noch wem gratulieren. Ja, und zwar demjenigen, der größer als das alles hier ist. Wir gratulieren an diesen Montag, den 17. Mai 2021, dem Turn- und Sportverein München von 1860 zu seinem 161. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Schaut ganz schön gut noch aus. Ja, gut gehalten. Sehr gut gehalten. Der ist wie guter Wein. Je älter er wird, desto geiler wird er. Genau mein Typ. Und er macht auch blaue Lippen. Nein, also. Euskorde. Unser Lieblingsverein. Der einzige Verein. Mein Verein für alle Zeit. Wir haben aber noch eine ganz tolle Nachricht, bevor wir auf die Zielgerade und die Alex Allstars zukommen. Denn wir haben es in den letzten Wochen ja schon mal angesprochen gehabt, das Schicksal der beiden Junglöwen, Vincent und Lorenz. Und da muss man ganz deutlich sagen, die Löwenfamilie ist der Wahnsinn, lieber Alex. Du hast das damals sehr, sehr schön angesprochen bei uns hier beim Giesinger Bergfest. Und jetzt gibt es Ergebnisse, die uns immens freuen. Ja, es ist Wahnsinn. Da zeigt sich einfach wieder, wie eng diese Familie zusammenhält, wenn es denn wirklich um das wirkliche Leben geht. Ich meine, Fußball ist am Ende nur eine Nebensache, auch gerade in solchen Situationen. Und jetzt sind 35.000 Euro zusammengekommen für diese beiden. Ich habe es schon gesagt, du kannst mit Geld das sicherlich nicht ausgleichen, was die erlebt und erfahren haben. Aber es ist eine Hilfe, das Leben erträglicher zu machen. Eine große Hilfe. 35.000 Euro ist Wahnsinn. Da muss man dazu sagen, das wurde generiert durch Geistertickets für das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. 5.000 Tickets wurden verkauft. Und einige auch aus Kaiserslautern, wo man auch sagen muss, stark, richtig stark, den roten Teufeln gratulieren wir an dieser Stelle mal ganz kurz zum Klassenerhalt. Ganz wichtig, auch noch. Da hat der Löwe ja mitgeholfen. Gab übrigens auch einen schönen Post noch auf Social Media, die Lauter drücken jetzt stellvertretend auch dem Löwen die Daumen, damit der sein Ziel erreicht. Aber nochmal zu der tollen Aktion, Respekt liebe Löwenfans, da zeigt sich mal wieder, wie groß das Weißblauherz wirklich ist. Und natürlich auch an dieser Stelle noch an Vincent und Lorenz und die gesamte Familie, alles, alles Gute, haltet die Ohren steif. Ja. Auch wenn es schwer fällt. So, knapp 45 Minuten sind durch. Alex, wir gehen aufs Finale dieser 11. Episode vom Bergfest. Es ist Zeit für deine Allstars. Ja, es ist Zeit für die Auflösung. Ehrlich gesagt war ich ein bisschen enttäuscht von den Rückmeldungen. Ich glaube, entweder habe ich es wieder zu leicht gemacht, dass die Leute gesagt haben, naja, brauche ich eh nicht mehr antworten. Ja, wahrscheinlich war es wieder zu einfach und auf Seite 2 bei Google oder so zu finden. Egal. Die Antworten, die gekommen sind, waren natürlich wieder allesamt richtig. Und ihr wisst es wahrscheinlich mittlerweile auch schon, die drei Hinweise nochmal. Er kam auf Empfehlung eines Ex-Löwentrainers zu 60. Ich löse jetzt gleich auch immer mit auf. Es war Carsten Wettberg, der diesen Alex Allstar zu 60 gebracht hat. Und mittlerweile arbeitet dieser Alex Allstar an der Weiterentwicklung des Frauenfußballs in seinem Heimatland mit. Er ist Trainer bei Slavia Prag mit der erfolgreichste Verein im Frauenfußball in Tschechien. Spielt auch Champions League, hat da also eine führende Rolle inne. Und dritter Hinweis, er präsentierte sich in seiner Zeit bei den Löwen gleichermaßen phlegmatisch wie torhungrig. Hat in 50 Spielen 21 Tore gemacht. Vor allem in seiner ersten Saison sehr stark gewesen. Und war aber trotzdem immer so ein bisschen, ja, ein bisschen ledschert auf dem Platz. Wenn man es auf bayerisch sagen will. Es war Michael Kolomaschnik. Kolo. Kolo. Ein wirklich guter Stürmer. Gerade in der ersten Zweitligasaison, nach dem Abstieg aus der Bundesliga, hat er da echt getroffen wie am Fließband fast. Das war schon sehr gut. Und dann war er schwerer verletzt. Und ja, dann ging es so ein bisschen bergab. Das war doch dann auch die Zeit, wo aus Kolo Macht's nicht geworden ist. Alex, hattest du dann nicht noch dein, da hattest du doch noch ein kleines Trauma, oder? Ah ja, Olympiastadion. Letztes Spiel im Olympiastadion gegen Köln. 0 zu 0. Kolo Bewegung. Wehren wir jetzt nicht mehr auf an dieser Stelle. Einfach die anderen Folgen nochmal anhören, da kriegt ihr das alles mit. Mein neuer Alex Allstar. Vielleicht ist der ein bisschen schwerer, ein bisschen einfacher. Alex, Anja und ich erwarten jetzt eigentlich wieder eine hochtrabende Ansage von dir. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich mache mir jetzt so einen Fake-Account. Und von dem schreibe ich lauter falsche Namen dann an uns. Ja, das ist gut. Damit der Alex sich freut. So machen wir das. Ein paar Bots, ja. Genau. Erster Hinweis. Mein Alex Allstar ist inzwischen Sturmpartner eines italienischen EM-Helden. Zweiter Hinweis. Er machte einst mit einem freizügigen Instagram-Post von sich reden. Und dritter Hinweis. Seine Zeit bei 60. Ich weiß es, glaube ich. Du weißt es. Ich weiß es. Bei freizügig. Ja, das ist dein Thema. Das ist dein Thema. Das war ja klar. Gut aus Gosse. Dritter Hinweis. Seine Zeit bei 60 bremste seine Karriere nur kurz. Ich bin mir sicher, dass ich es weiß. Ja, wenn man eine dieser drei Hinweise weiß, dann wird es ... Dann passen die anderen zwei auch dazu. Genau. Dann macht alles plötzlich Sinn. Das ist mein erster, den ich errate. Wenn ich jetzt falsch liege, bin ich todistraurig. Ja, Alex, wir sind gespannt, was da für Nachrichten kommen. Ich auch. Aber noch viel gespannter sind wir, ob dessen, was da am kommenden Samstag auf uns wartet. Ingolstadt gegen 60. Samstag, 13.30 Uhr. Audi Sportpark. Die letzten 90 Minuten, dritte Liga. Und ... Ehrlicherweise ist die Spannung jetzt schon richtig, richtig zu spüren. Bei uns, wahrscheinlich bei euch auch draußen. Was wir euch versprechen können, egal was an diesem Wochenende passieren wird. Wir kommen wieder. Wir werden dann drüber reden, in welchem Zustand auch immer. Und ansonsten heißt es, Daumen drücken, ein paar Kerzen anzünden. Und ganz wichtig eigentlich, bleibt einfach alle löwenslänglich blau. Und dann geht es hoch. Zumindest in die Relegation und dann in die zweite Liga. Da sind wir uns einig, oder? Da sind wir uns einig. Man muss alles in einer Saison mitnehmen, was man mitnehmen kann. Eben. Dann so ist das gewesen. Da ist ein Deckel drauf. Das war Giesinger Bergfest, Episode 11. Und am kommenden Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin. Bleibt es gesund. Bleibt es uns treu. Lasst ein paar Likes und ein paar Abos da für diesen wunderbaren Podcast. Dann freuen wir uns. Und ich habe schon gesagt, es gibt eigentlich nur eine goldene Regel. Es gibt eine weiß-blaue Regel. Bleibt alle schön löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.